Ich bin sicher, dass du gute Reisen hast, um hier rauszuholen. Aber ich muss auch hier rauszuholen. Ja? Das ist nicht mein Problem. Ja, ich bin wirklich gut. Ja, ich bin wirklich gut. Oh, mein Gott. Moment, Moment, Moment. Was denkst du denn eigentlich? Kann man da keine Wettrennen machen oder so? Kann man da nur so spielen? Ich glaube, es geht nur so, wenn ich mich nicht... Ja, wie kann ich denn nach vorne und hinten? Wie machst du das? Linken Stick, linken Stick. Ja, mach ich doch. Ich auch. Ja, hier sieht es aber eleganter aus, würde ich mal sagen. Ein bisschen, ne? Mit linken Stick... Nein! Ah, easy. Ja, das ist doch ein Scheiß. Das ist doch ein Scheiß, ey! Echt, das ist nicht mein Spiel. So, gehen wir weiter. 46 zu 5, na komm schon. Erstmal... . Echt. Feels und license. , , , , Okay, ich hab da auch ne Dame, die raucht aus dem Fenster. Hier ist das Easter Egg, wenn wir das mal schnell machen wollen. Ah, genau, das wissen wir ja bereits. Wir kennen ja sonst eigentlich keine Easter Eggs, großartig, aber das kennen wir ja. Machen wir das mal für die Leute hier. Na klar. Ich bin auf dem Weg. Und zwar schauen wir uns hier die erste Mondlandung an. Wir versuchen es zumindest. Ich werde es sicherlich auch noch schaffen. So. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert. So, jetzt können wir ein bisschen warten. Wollen wir nix machen, genau. Ja. Das ist auch ein langweiliges Programm, muss man sagen, ne? Ja, ja. Das ist jetzt nicht wirklich... How do you feel? Äh, gut. Jetzt, 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 jetzt. Ah, jetzt schlaff ich ein. Ich dachte, du schläfst dann ein. Ja, du bist zuerst gesessen. Ach so, scheiße. Von daher. Ja, ne? Ich meine, die Alte, die wirft hier ein Kinn raus und du springst auf den Mond. Alles klar. Muss geklärt sein. Ist auch der einzige Ort im Spiel, wo man springen kann, ne? Ja. Wunderbar. Ja, also, dass es hier, Mehrwert ist vorhanden. How to avoid crashing into the moon. Hey, Vincent. Wake up. Hey. Come on, let's go. Yeah. Oh, I had this weird dream about the moon or something. What more, man? Come on, I'll see you, wife. Yeah, all right. Easy, pleasey. There's definitely a boy in there. Nope. It's a girl. Boy, girl, doesn't really matter. It's gonna be the best day of your life when that sucker comes out. Yeah, that's what they say. They say it because it's true. You'll see. Excuse me, ma'am. My wife had just had a baby. What's the name, please? Uh, Carol. Already? Right. Just follow me, sir. Thank you. Du kriegst jetzt ein Kindchen. Ach, du Scheiße. Mist. Ich gehe da mal einen Kaffee holen oder so. Ich will damit nichts zu tun haben. Come on. Hey, Leo. Ja, natürlich. Ich bin da. Ich will hier auch mit dem kleinen, jungen Baseball spielen. Thanks. Wenn es ein Mädchen wird, schmeißen wir es aus dem Fenster, okay? Einverstanden. Hey, Carol. You okay? I'm fine. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. She's not. This is, uh, Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah. Uh, baby girl, huh? Uh, I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Ich öffne schon mal das Fenster. And, uh, congrats, by the way. Ja. Can I hold her? Ich glaube, du kannst rumlaufen, ne? Ja. Mhm. Okay. Wie gesagt, Kaffee. Ich, äh, mach jetzt den Feueralarm an. Okay. Wir haben keine Zeit für diese Scheiße. Was? Wo kam es? Wir werden berasilierter. Er ist so leby. Ei, was ist. Sie sind. Ich vermute dich. Vincent, bitte. Ich liebe dich so sehr. Ich muss nur das Schlussieren. Du musst mich vertrauen. Carol? Was willst du mir sagen? Ich möchte... ... du musst mich vertrauen, okay? Ich denke, es wird anders sein. Du sagst immer das, aber du hast dich getötet. Ich kann das nicht leben. Ich werde das nicht passieren. Ich versuche. Du musst mich vertrauen, Carol. Okay, wir sollten vielleicht langsam... ... wir müssen die Hölle rauskommen. Die Töte sind hier. Keine Töte. Wir müssen die Hölle rauskommen. Wir sind im Krankenhaus. Okay, los. Let's go! Ja, natürlich. Weil wir in einem Krankenhaus sind, wird nicht geschossen. Draußen geht in Ordnung. Oh, ich habe das Gefühl, wir verkacken uns gleich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Das schaffen wir schon. Lauf jetzt einfach mal richtig hier. Schön. Hast du gut gemacht. Oh, scheiße. Jetzt du. Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht. Ich kann das nicht. Oh. Oh. Was denn? Ehemaliger Profi. Oh. Oh, scheiße. Ich will das nicht tun. Tut mir... Nein, ich... Oh, das ist heftig. Oh Gott. Wo ist A? Ich hätte A gar nicht gefunden. Nein, nicht wieder. Surrender ist not an option. Ja, als ob. Ist jemand da? Ja, ich bin da. Nehmt mich fest. Geht in Ordnung jetzt. Was denn? Ich will... Wo ist denn hin? Das ist aber nicht mal, wo ich hin soll. Ich denke mal zur Tür, ne? Nein, ich will nicht. Keine Wahl. Keine Wahl. Oh. Oh. Schnell, 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 schnell. Oho. Alter, was mache ich denn? Was ist denn das? Lauf! Jums. Sorry for that. Ey, vieles sind das denn? Erstmal durch den OP-Saal durch. So muss das. Vor allem ruft den Sicherheitsdienst. Das ist alles voller Bullen. Aber, ja, ruft den Sicherheitsdienst. Jetzt verkack es bloß nicht, ne? Ich mach doch gar nichts. Ja, eben. Hast du richtig cool gemacht, oder? Ja. Los! Jetzt bin ich im 2D-Modi. Gibt's jetzt hier? Schlägerei. Los, komm. Wirklich wie so ein 2D-Spiel. Oh. Ich kann auch nicht springen da. Ich kann nur, ich kann nur schlagen. Oh, jetzt aber. Alter, der haut aber zu. Ja. Nicht da rein. Nee, geht nicht, ne? Ey, das ist wirklich so ein Beat-Nummer-Abspiel hier. Oh. 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 Ist nicht wahr, oder? Alter. Ich muss was finden, um rauszukommen. Ich denke mal, ähm, die da links. Genau. Jetzt rappen. Okay, ja, ja, ja. Das ist eine Leiter, also keine Treppe. Deren Unterhaltung. Ja. Aber ich hab bei weitem nicht so Probleme wie du. Ich hab auch keine Probleme. Klar, du vermöbelst, da weiß ich wie viele. Ich könnte wahrscheinlich schießen, ne? Ja, kannst du. Aber ich will nicht. Ja, sicher kann ich das gewinnen. Aber wo soll ich denn lang? Ich seh' nichts. Ich hab mir so ein bisschen. Schön stehen bleiben, Jungs. Ja, lass mich spielen und dann mach ich's. Sprich mit dir. Was machst du denn? Das mach ich. Ja, ich hab mir so. Ja, ich hab mir so. Wir haben zwei Fugitives von Lodge in der Krankenhäuser. Ich weiß, ich weiß. Mein Freund hat mich gerade, ich glaube, es sind diese zwei Leute in der Karte. Ja. Hast du sie überhaupt gesehen? Nein. Sind sie gefährlich? Wenn du sie gesehen hast, dann sicher, dass du sicher bist. Bleib weg und nimmst dich für uns, okay? Wir tun. Ich weiß, ob es gibt, ob es gibt, was ich tun kann, um zu helfen. Oh oh, oh oh. Natürlich, Officer. Danke. Bleib sicher, Frau. Ich dachte jetzt schon. Nicht zu nah ran bei der, ne? Deswegen, ja. Deswegen gehe ich ja außen rum. Das ist eine gute Idee. Taiji, du kannst was. Es kommt mir so rüber, als wäre ich schon mal aus dem Gefängnis geflohen. Hat da vielleicht eine Erfahrung? Nein. Okay. Tu das. Ich habe noch was mitgebracht. Oh schön, Geschenk. Damit können wir spielen. Oh oh. Was denn? Oh shit, die ist leer. Was ist denn da los? Yes, you have to. Scheiße. Ja, das Auto nehmen und reinfahren. Achten die Bullen hier. Schön hast du das gemacht. Da ist er. Da ist er. Hm. Hm, 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 hm. Woah. Wie geil ist das denn bitte? Jetzt werde ich hier standesamtlich erschossen. Wie ist das denn mit einem, hm, 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 hm. Huh, 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 huh. Das war jetzt Adrenalin pur, ne? Sie haben eine gute Zeit, Vincent. Wie geht's dir? Gut. Hey, Leo, schön zu treffen. Du auch. Also, du bist ein Freund, glaube ich? Ja. Ich höre, du bist ein guter Pilot. Ich weiß nicht, aber danke. Okay. Emily, das ist das Ding fliegt? Aber es sieht aus wie eine fucking Bicke aus? Natürlich fliegt. Wo sind wir? Mexiko. Mexiko? Du musst mich aufhören. Das ist weit zu weit. Ich bin nicht nach Mexiko. Emily, du weißt, dass ich dich immer gut paye. Wenn du zu Mexiko bist, musst du mir viel mehr paye. Wir payen dich doppelt. Wir nehmen uns da. Doppelt, oder? Du gut für das, Vince? Ja, ja. Ja, ja. Du bist aufhören. Wo bist du? Wo bist du? Mexiko? Du bist aufhören. Mechiko. 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 Du bist aufhören, Harvey. Ich versuch. Bitte. Lass ihn weg. Oh, danke. 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 Oh, Gott. Du bist das richtig, Harvey. Du bist gut, Harvey. Du bist gut, Harvey. Du bist gut. Du bist gut. Du bist so. 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 Du bist. Du bist so. Dimm, Herr. Wir brauchen nochmal男 jakich. Ja, danke. Quattens? Todos. Todos? Aber wie ist das? Oh, oh wait! Was? Nein! Nein, nein! Hey, hier geht's. Hey, Vincent. Who ist diese Emily, wirklich? Don't even ask. You ready? Yeah, ich muss sie einfach abholen. Help me out. Sure. Die Gas-Tang ist genau da. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah, but it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. Hmm. No, thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachute here? I do. Hell no, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. Just pull a cord. Right, Emily? Well, technically you're right. Come on. What do you say? Nee, machen wir nicht. Day, hätte ich jetzt auch gesagt. Wir machen Flugzeug landen. Da ist ja zu viel Gefahr. No way, man. I'm not jumping out of a plane. So you would rather trek for hours through a hot and dense jungle. Ja. Viel zu auffällig mit dem Feitschirm. It doesn't even make sense. If you say so. Sorry, that's just, it's, it's, it's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. Da sind die Waffen drin. So, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Denn wir haben die Zeit wieder erreicht. Für heute war es das. Ja, genau. Wir werden beim nächsten Mal das Ding füllen mit Treibstoff und dann losfliegen. Nach Mejiho. Nach Mejiho. Ja, aber das nächste Mal, wie gesagt, diesmal, für diesmal soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch einen Kommentar da lassen. Und natürlich abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Für die Zuschauer bis zum nächsten Mal. Euer Hotmeg und Teich Titi. Ciao.